Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer zu Birgis Musikstunde. Heute spielen wir Skip to my Lou. Das ist ein amerikanisches Volkslied, was auch bei uns sehr bekannt ist. Neu ist, dass in der rechten Hand der Daumen, der normalerweise auf dem C liegt, ein Ton tiefer zum H geht. Die linke Hand hat den C-Akkord und spielt ab und zu den G7. Hört es euch an. Musik Wir spielen das Ganze miteinander. Kommt her an die Tasten. Musik